Es ist overpassed, geil. Ja, kein Ding. Aber jetzt erklär doch mal, warum... Okay, ich hab keinen Gegner. Ja, Palkia heißt. Wir haben nur einen Gegner als von Merve. Atemlos im overpassed. Weil Palkia keine Chance gegen die Alga hat. Das ist richtig, das ist sowieso klar. Die Alga ist so geil als solche. Alter. Deswegen werde ich mir auch beim Remake natürlich kein Gold Diamant holen. Und nicht perl. Mhm. Naja, ich weiß, du liebst perl. Ne, ich halte auch Diamant Gold. Alter. Ey, das ist taurig. Mein Schatz hat gerade reingeschrien, beide. Ah, okay. Alter. Früher hätte ich das gemacht, beide. Heute. Alter, ich bin der ohne Gegner, Alter. Ich messer die Wand. Ich bin der ohne Aim. Also, der ohne Aim, geile Gegner, wuuu. So, habe ich jetzt heute bei mir drin. Echt? Wuuu, Gegner, geil. Hamster boy, danke für den Follow. Hab's dabei? Mhm. Lull. Danke, Hamster boy für den Follow. Ja. Mach's auch gleich nochmal raus. Sau. Ich hab mich auch gerade vorgeguckt. Hm. Ja, Hamster boy. Ich kenn mich heute, ich kenn mich heute nicht. Wer macht das, ne? Doch. Mach mal. Hey. Oh, ich Deagle, 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 Deagle. Ja. Der Deagle muss ich anders spielen. Ruhig, 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 ruhig. So. Hätte ich mal noch Feind gehört mit Vertigo. Ah, okay. Ich bin Kacke. Ich bin Yannick. Ah. Katsuki Tachi? Ernsthaft? Hey, wie kann der denn jedes Mal einen Headshot treffen? Du hast mich immer zuerst mit einem Headshot. Jetzt hab ich kein einziges Mal getroffen hab. Waffen wegwerfen, Waffen wegwerfen. Ey, ich hab's mich noch gefangen. Waffen wegwerfen. Nein. So Leute. Ich hab mir den Team Captain gehört. Das heißt, ich geh nach A. Meine Waffe ist nicht am weitesten da. Eigentlich. Tatsächlich immer mal. Ich glaub. Ich glaub. Ich muss hier gleich noch dran sitzen. Socken furcht an für sich sowieso nicht mehr so oft. Meistens Samstags dann mit den Jungs TCS so. Ah, naja, warte mal. Ich hab einfach mal die Kopfhörer eingestellt. Ey. Bei mir sind Steps. Party. Party. Das ist einer. Hat Sven gedrückt. Aber das ist auch keine Herausforderung. Das war ein Headdy. Der kann jetzt wachen. Nein. Party 2. Zwei Party. Drei Party. Und einer unten. Hilfe, ich renn weg. Nee. Äh, die laufen jetzt zur A. Ey man, ich bin schon wieder stuck in diese scheiß Mülltonne. Du plantest nicht hier. Muss nachhören. Lass mich. 71. Habe ich dir noch gedrückt. Du ist schlecht. Äh, in die fern. Äh, oh, oh, oh. Ja, cool. Nein, Leute. Easy, easy. Double Berettas. G1. Häy. Ey, 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 ey. Macarena aa, hi. Pistol oder MP? MP. Wir haben gewonnen jetzt mal mit die Fettig. MP hier. Äh, ich hab mir grad MP gekauft. Ja, das ist gut, L4, L4 ist das das gleiche. Als Teamcapt'n darf man dann auch fight. Oh, ey. Kaum ist der Teamcapt'n wieder muffrig. Kaum ist der Teamcapt'n wieder muffrig. Kaum ist der Teamcapt'n wieder. Schon geht's los. Treppe und Party. Einer, zwei Treppe tot. Oh, das ist noch einer. Noch einer Treppe. Zwei Treppe. Toilette, Bombe down. Noch einer. Geh' kurz Toilette rein. Na, in die Toilette. Stich, 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 Stich. Oh, zwei Toilette. Weiß. Ja. Ja, schön. Das ist so lust, ey. Das ist halt wirklich so lust gewesen. Das ist ne gute Runde. Auf jeden Fall. Oh, da war ne AK. Da war ne AK. Ich bin ganz ehrlich. Das klingt so, als würden die gleich aufgeben. So wär's versagt. Glaub ich nicht. Ne, meinst du nicht? Herr Teamcapt'n, soll ich mich wieder nähen, damit sie mich hauen können? Ne, mein Ping macht schon wieder Auge, weil ich grad jemanden geschlagen hab. Auge. Okay. Ah, die haben auch keinen guten Ping. Ich hab' es wirklich. Ich werd's noch mal probieren. Ja, es geht endlich, jawohl. Geil. Das funktioniert. Äh, die sind schon durch. Auf B. Ah, ja, ja. Die sind noch drüben? Sie sind noch drüben? Nein, ist es nicht. Ja, drei und zwei, Leute. Okay. Ich raue keine Auseinigung. Überall. Da war keiner mehr. Gut. Was geil ist, bei mir steht bei Mirko halt wirklich violett. Ja, weil du nicht jeder Freundesitz hast. Das hast du eingestellt. Ich weiß. Fällt mir jetzt auch grad wieder einen. Hast du einen Satz? Das hab ich mal gesehen. Äh, Mirko. Ah, schon. Hä? Nein. Oh. Vielleicht, vielleicht. Reicht doch jetzt auch. Alter. Alter. Das war's. Ich hab's gesagt. Seitdem haben wir nicht mehr gewonnen. Also. Ich hab jetzt noch mal die... Hätt' ich wieder schlagen sollen. Also. Ja. Komm. Leute, M4. Ich merk schon, ich will, ich will degradiert zum Wirbel. 3 auf B, bitte. 3 auf B, bitte. Okay. Ich lauf jetzt mal mit. 3 auf B. Okay, dann nicht. Ich hab grad eben einfach gechokt. Eben. Smoke kommt wieder. Svenny, ich flash einmal. Ja. Wir haben auch geflasht, haben sie sich gedacht. Haben wir einen gedrückt? Scheiße. 3 auf A, 3 auf A, 3 auf A. 3 auf A. Svenny, Svenny, Svenny. Svenny, ich werd jetzt gebumst. 4 auf A hab ich gesehen. Ich komm von hinten. Ja, die laufen. Und mir kommt nicht zum Lachen gebracht. Das machen wir immer. Bing. Nee. Mein Gott. Wenn die Bombe. Ja. Einer hab ich noch. 2 sind dann noch. Einer, ja. Einer, ja. Einer, ja. Schön. Schön. Geil. Das war easy. Snack. Der eine fällt da um, der kommt denen dann. Nein. Die haben die einfach gedacht. Hallo. Das ist mir ein bisschen komisch. Die haben richtig Tunnel im Blick drin. Jetzt aber trotzdem 3 B. Nein. Das läuft bei A. Jetzt gehen alle A. Okay. Warte, ich geh B. Ich warte. Nein, ich geh jetzt B. Ja, okay. Ja, okay. Für Muppies ist es keine Zeit, Sven. Ja, B. Ja, B. Beim Laufen, okay. Beim Laufen, headshot. Ja. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, zwei vorne. Einen hab ich. Einer beim... Oh Gott. Da sind noch zwei. Ja. Einer unten beim Kanal. Okay, Kanal. Aber wir sind auch. Oh, easy game. Bei mir war nichts. Ich war dabei. 30 Sekundenrunde. Haben wir eine AK gesaved? Liegt doch der A4... Ach, ach... M4. 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 außen bombe wb bombe wb das bei mir kurde außen ja ja ist er noch muss eigentlich weiß nicht genau oder jetzt ist ein bisschen überlaufen wie geil der hier sitzt der ist richtig der denkt sich bei jetzt ganz runde laufen so kannst du mich über die wand pusten richtig treppe treppe ist ein sniper okay ich rotiere über spawn wir können die taub und blind zwei hinterher eine stilette raus bis auf los zwei klaus zwei klaus eine toilette war ja noch außen lang da oben könnte schon sein wir haben kommt gleich von links ich würde sich 1002 auch draußen ist die awp aufbogen hat aber es ist ich würde aber schon wie erst mal seine wache so raus zeigt hier ich komme jetzt von der seite ich glaube ich habe wieder ein fehler wird jetzt erst weil ich trug bin kann ich nicht mehr sehen wie viele leute noch leben was ich habe nicht beide ansichten ja gut wenn bei dir ist das eh nicht relevant was man einkillt also ich will sehen wie viele gegner vom gegner team noch leben alter wie krass bin ich denn heute ja dann nicht so schau Svenny kein salz ja ich versuche mich zu erklären ihr redet alles dazwischen nein wo gefällt denn her äh das b by the way wo kommst du denn her sicher die sind noch nicht durch glaube ich sicher einen habe ich gesehen bist du orange tunnel tunnel ja und party und treppe zwei ja bombe ist aber b hier glaube ich naa hier schon durch feidi nein ich muss nicht fack mich lieb b auf b ja A war alleine aufwitz go ja über Heaven was ist das? das sind doch dein Schlüsse? aber 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 belasten der hat ich direkt gesehen der hat direkt hoch geschaut äh ne habe ich mich ehrlich gesagt gerade nicht drauf ist echt so wie ist das mhm belasten belasten farmer section jetzt gehts los sorry musst du was gucken äh so Leute P90 da ich gehe alleine gefeiert ist doch da fahrt ich zähl für drei ich habe ein problem ja ich merke es ich auch eine wie kann man mit der galli was treffen alle b alle b mhm oh party alter die sind zu mir zwei ja bombe liegt aber b bombe liegt b alter ey wegen party ist egal ja aber jedes mal wenn ich grad nach b laufen will dann kommt die aus ihren löchern gekrochen ey bombe b also bombe b bei der afk da war noch einer wo aussehen wieviel habe ich dem geteilt das ist wo dir mal her ich weiß ich bin instant gedisst das ist ja wahnsinn du hast ja auch gedisst bei mir ist das Spaß bei dir ist das mal ernst gar nicht wahr ich wollte nur sagen dass da ich tot bin und ich euch zugucke die anzeigen rechts und links nicht mehr haben wieviel aus den teams noch leben dann bombe nennt sie mich den Arsch hab ich doch hast du quasi wenn man dann wenn man deine sätze von oben nach unten liest dann hast du Arsch ja was habe ich ja mal ist das damals das weg weißt du eigentlich spiel und dann hau die geben und eigentlich eigentlich ja was wird daran zeigen schön da lasst ihn blenden ja dann gehst du jetzt hat frech richtig schön alter noch dippen alter ich werde noch schön dippen merkwür ich bring dir geschenkt mit ja ja ich kann mir mal geschenkt machen wirf mal denn na klar das merkel und da ist ja gut die mag ich nicht so sehr aber die mal über außen ja die schalldämpfer ist nicht so geil wenn man kann ich den hier anbieten ja alles gut mag nur die schalldämpfer irgendwie nicht ich weiß nicht warum das nächste mal kann ich den sonst an ja wie gesagt alles treppe echt wie der ronnie headshot ich bin trotzdem wirklich treppe A mal ja da bist du blenden einer außer rechts bei mir wieder 2 alter ich bin so schlecht heute danke für ein follow rennen 780 viertel viertel da steppenaußen Toilette david recht zu lassen 2 gewesen äh die sind und sind schon gesteppt okay äh hörst du sie auf grade einer bei A zwei bei A auf dem sport nein ich brauche Hilfe an der lkw schön hast du nicht den meint ich meinte den bei mir ich werde nicht klein ich hab mich extra geopfert damit er den kill kriegt heute schaffe ich gar nichts ich hätte sonst auch kaufen können das habe ich nicht gesagt das ist sehr gut ich komme einfach nicht rein ins spiel das ich war da gar nicht verwahrt ja ich ließ es aber ich habe mich umbenannt ich kann man immer wo eine party und treffe treff ist tot was lebt noch die gena genau das wenn ich fall zurück okay noch eine treppe durch zwei treppe die schießt durch wende ja diesen krass die sind und feier okay betont alter wie schlecht heute da hinten nein das war ich tschuldigung da hinten war richtig ich hab den ex für eine granate bephrase geworfen alter ich habe gerade ein herzchen noch planten das ist der junge schon eigentlich ich bin dabei oder treppe jetzt hätte die steppen der einheitlich angeschossen okay er war low und reisen auch wie hat denn diese treppe laufen jetzt aber noch toilet mit arve vorsicht das ist ja und einer war noch ganz außen nein nicht mein kopf bitte mein kopf freundlich ich schwöre ist da will alter erwarten oder ich hab grad da zu letze geradeaus toilet toilet ja genau jetzt muss ich nur noch mal die wisse die diegel aber bettelt auf gott sicher ja Ja, gib ihm die Digle, rechts von dir! Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir! Der Kisten Dance! Nein! Belastens! Weißt du, wenn das mal ein Velo-Warn funktionieren würde, verschiedene Ränge spielen miteinander. Aber, was sagt Riot? Nein! Ich hab jetzt ne Zeus gekauft, ab geht's! Und Velo fühlt mich viel, viel... ...sicherer. Ja, weil er die, äh, keine Risikofaktoren wie Sven oder Milch dabei hat. Nee! Wui! Oh mein Gott, das ist meine Mutter! Halt's ab! Oh, man! Ich guck einmal um die Ecke und sofort, Handy! Was gut, Sven? Das geht schon seit 5 Runden so! Richtig krass! Let's, let's, the last one! 5 Runden geht doch schon so, Yannick! Ich geh gleich nach B! Alter, krass! Richtig aufgeräumt hier! Ah, kann ich irgendwie heute nicht! Oh, Mann! Äh, Yannick! Ja! Gerade mal kurz Zeit bei mir in den Chat zu gucken! Komm, das geht... Ich geh jetzt A aus, mal! Komm, Sven! Sollen die Dosen vorher versaut sein, Mirko? Oder... Was? Sollen die Dosen vorher versaut sein... Oder... Danach versaut gemacht werden? Ich weiß es nicht! Komm, Sven, die machen das! Komm dran! Das ist eine sehr gute Frage! Ich bin blind! Das kannst du extra, ne? Ja, 2, 2! Ja, das passt! Der ist low! Ja, Sven! Warum geht der nicht immer A? Da kriegen die noch am meisten aufs Maul! Ja, es bleibt noch A wieder! Könnte auch nichts! Sveni! Sveni ist... Wo ist Sven? Sveni hat gerade 2 Leute gesnipet! Sveni ist dein Weltmeister! Als ich wusste das dann... Ist sie bei euch? Äh, ja, Bombe-GP! Okay, er geht Waffe wechseln! Boah! Nein! Ist bei mir! Ist bei mir! Ist bei mir! Wo denn? Außen! Außen! Ja! Sven, mach den! Ja, das macht er safe mit! Eine Ecke ab! Ich mach über... Spawn! Oder halt nicht! Ja, warte, warte, warte! Mit der SSG, Alter! Sven ist wie ein nervöses Karnickel heute! Sven, geh dir! Lass mal abfangen! Sven, ich seh dich da! Ja, jetzt ist es G und du! Oh nein, ich bin geblindet! Nein! Oh nein, ich bin geblindet! Nein! Toilette? Toilette! Boah! Nice! Janik, richtig gut! Ja, easy, ne? Und ins Sandwich reingequetscht! Ah, halt, hey! Geil, ey! Immerhin ein paar Kids da kommen! Ja, ja, heute läuft es einfach! Heute läuft es einfach! So, die Tag 9! Okay! Sven hat, Sven hat gekonnt! Ah, ich probiere es anders! Ich sag B! B? Ich sag B, ja! Der Lekt ist rausgetappt? Nee! Nee! Okay! Was denn? Ja, alles gut! Alles gut! Alles gut! Geht ihr A? Geht ihr eigentlich A, wenn ihr sagt B? Wir gehen B! Niemand geht A! Ich hab nie getroffen! Ich hab nie getroffen! Spätet, David, einfach! Hilfe! Alter! Ich hab ja auch noch gemacht! Alter! Krass! Da kommen sie zurück, ey! Pistolen runden, zacken so sehr! Lass uns einfach, ohne was zu kaufen, einfach auf B drauf und blenden! Okay! Okay! Ohne kaufen! Nicht, dass er die Ansprache vom Team Cap nicht hören will! Hey! Ja! Ich glaub da hat grad jemand ne Tag 9 gekauft! Ich kann wieder kraft, hier kann wieder einer nicht! Da kann ich überhaupt nicht! Der muss doch einfach nur sprayen! Also, keine Ahnung, da macht's keinen, keinen Unterschied, ob du zielst oder nicht! Ich hab mehr Gefühl mit der Tag 9! Also! Einer ist tot! Einer ist von links! Hinterher da! Jawohl! 2 gegen 3, ihr macht das! Sven! Sven? Ich bin dabei! Bin dabei! Team Cap machen! Nein! Einer helfen! Einer helfen! Oh! Einer nix von mir! Einer von hinten! Jawohl! Einer von hinten! Jetzt von hinten! Hinten! Hat rotiert! Hinter dir! Hinter dir! Oh! Wer hat grad die Bombe gehabt? Ich? Ich geb mir die sonst. Mir kommt keiner. Mir hat er nämlich direkt weggeguckt. Das ist nicht das Mircos bekannte Taktik. Einer läuft schon durch. Mami? Warum wir machen Rush? Rushen einfach überlang. Überlang, ja alles gut, bin ich dabei. Wer läuft auch rum? Oh mein. Oh. Sven hier läuft vor. Eck ist tot. Eck ist tot. Da sind noch zwei. Die können nix. I'm down. Alter kommt da nochmal in die Ecke? Ein Helikopter? Links. Ich sag links hinten in der Ecke bei der Bank. So bled in mein Werkzeug? Ja. Moment. Jetzt. Nein. E. Da musst du nicht mal Waffe wechseln. Wir beide außen. Einer außen. 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 Lass dich. Feiydy. Der Team Captain hat gerult hier. Granaten mitnehmen. Lecker. Oh lecker. Granaten. Es ist zum Frühstück. So. Was machst du erst? Granate oder Milch? Fight. Granate. Also ich bin ehrlich so ein Typ. Eher Granate erst. Okay. Okay. Das ist gut. Granate ganz oder halb? Äh. Beides. Eine ganz ein halb. Aaaaah. Du hast ihn ja schon gemacht. Der hab ich schon gemacht. Der ist tot. Der ist tot. Links ist noch einer. Links sind die Toiletten. Ja. Da kann ich ein jetzt. Okay. Der Korb geht nicht ab. Bank. Smoke. Wow. Wie ich Ultron Sink mäßig ausgewichen bin. Mirko hat einfach sich Smoke kaputt gemacht. Mit seinem Fuß. Ich komme wahrscheinlich jetzt nicht. Übrigens. Das ist der gleiche wie gerade eben. Mir ist es nicht so lange drauf. Ich habe eine Kollege von hinten. Was ist das? Der wird außen. Ja ne ist Toilette. Ich habe von hinten. Easy win. Wer schießt auf mich? Mirko. Vielleicht nicht. Ja ne. Mirko hat auch die Bombe. Mirko hat auch die Bombe. Mirko hat auch die Bombe. Ich bin jetzt echt auf den Rang gespannt. Weil das. Hm. Warst du komisch? Das ist fishy was da abgeht gerade. Ich finde die Spiele interessant. Mirko hat das perfekt drauf. Bombe abgeben und dann denjenigen nicht mehr angucken. Das hat er perfekt drauf. Normal. Ich bin blind. 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 Warum sagst du dir nichts? Oh Gott. Einer ist im Underground. Kommt wieder stehend. Nicht mehr lange. Geht er Party? So. Aber ist okay. Schon wieder blind? Auasch. Zwei von hinten. Einer Brunnen. Zwei Brunnen und einer hier Tunnel da. Alter. Und zwei kommen vom Brunnen. Oder Party. Hm. Zwei Party? Ja zwei Party. Ich merks alter. Ich hab keine Party. Bisschen schneller run. Ich wusste gar nicht, dass er auf dem LKW auch platzieren kann. Ich hab den gut gegönnt. Mit der Granate. Boah. Eigentlich. Der ist out. Okay, der ist außen. Der ist out, der ist außen. Ja, Yannick. Einfach safe. Das geben bleiben. Tayo, wenn du das sagst, muss ich dir das wohl glauben. Und ich weiß nicht. Oder defused einer. Ja. Es gibt hier noch mal einer. Mhm. Ich hab jetzt... Ja, schaffen wir nicht mehr. Wird zu knapp. Wird zu knapp. Wird zu knapp. Wird zu knapp. Ja, Nix. Ja, Nix. Meint ihr B? Damit rechnen die nicht, oder? Ich glaub nicht. Ich würd auch sagen. Ich glaub nicht, dass sie mit B rechnen hat. Yannick. Fight. Stich. Stich. Wirst du stehen bleiben? Okay. Stich heißt nicht stehen. Also, theoretisch heißt es. Ja, doch, wenn du stehen machen möchtest. Blendgranate. Danke. Einer versucht von hinten. Lol, nein. Oh mein, fuck. Dazu sag ich jetzt mal die Wände. Sehr fein, tue beleid. Das war echt scheiße. Ich hab mich halt instant umgedreht gesehen und verraschend zu klar. Einer von außen? Nein. Links. Def. 4,50 runter. Oh nein. Tunnel. Kann ich nochmal tatschen? Bombetunnel. Bombetunnel. Ja. Es tut mir so leid, Feini. Der war abgestattet. Oh mein Gott. Ja, aber die Kriege ist gut. Das hat mich auf der zweiten nach unten katafolgiert. Ah, belastend. Puh. Nächster Try. Ah. Sollte was werden. Ja. Ich hab's genau gesehen, Jakob. Ja, das hat man echt nicht gesehen, ey. Wo wollten wir jetzt hin? Ich mach Chaos auf B. Ja, B. Ja, Entschuldigung. Ich kenne den Typen hier ab. Da kommt dann der David. Sven? Ja, ich hab verzögert. Diesmal nicht. Lechterlich. Zwei pushen mich. Erzeugend. Fight. Außen. Oh lol, Treppe. Alter. Alter, warum pushen die so hardcore? Ich hab keine Ahnung. Weil die hoffen, dass wir damit nicht rechnen. Ich rechne aber trotzdem, klar. Ich rechne damit, aber ich... Nee. Ehrlich gesagt nicht. Also, Treppe war einer. Zwei. Zwei. Einer. Einer Leiter, einer Leiter, einer Leiter. Andere ist rechts. Mann! Was ist denn, was wir machen sollten? Wir sollten jetzt einfach in der Welt stehen lassen. Geht mal ohne Scheiß. Ich kaufe mir eine Awe. Obwohl nicht. DSG rein. Kann mir jemand ein AK kaufen? Ja. Ich kaufe mir eine P90. Bin ich nämlich dabei. Bleiben wir einfach hier. Bleiben wir einfach hier. Bleiben wir einfach hier. Na gut, dann geh ich hier hinter die Kisten. Weil die kommen ja sowieso hier lang. Damit rechnen wir nicht. Sven, bist du froh. Ah, das ist schlaue. Das ist schlau. Da kommt schon der Erste. Nein, das ist einfach Yannick der Jam. Doch, da kommt der Erste. Bei mir schon einer. Noch eins? Ich leide nach. Noch einer? Ich werfe Smoke. Ich muss atern. Hinter uns Yannick? Okay. Ja ja, alles gut. Hinter uns sind unsere Mates. Ja ja, nicht, dass die durchrennen. Ich werde auch rein. Ne, hast du die beiden, oder? Da haben wir drei Leute reingerafft. Noch einer? Joll! Nein, ich bin mir kurz echt zu klausen. Boah, Alter. GG? Alter, wie dumm war das? War wild. Er ist da! Wuh! Golden over 3. Alter. Und Feidy wird belohnt. Äh, Feidy wird belohnt und ich nicht. Ach, da fehlt er sie wieder durch. Aber das ist auch so. Das war ein Gold noch was. Und der Beste war Silber 4. Ah, ich bin rausgeflogen. Und ich habe mich an. Ich habe mich, wie gut. pinอะไร, ich habe mich mit dem Spiel��. Und wir sind alle zum Beispiel. Ich bin neun. Das war eine Ausnahme. Und ich bin mein Leben! Und ich bin nahe. Das war mein Leben. Ich bin neun. Und ich bin da. Das war mein Leben. Mein Leben. Vielen Dank.